Ja, und jetzt setz ich in die Ecke. So, Gass, wir müssen zu dem Haus bevor dem Informaten was passiert. Los! Was? Wo? Was hat der mit dem getan? Das muss man anseilen. Yeah! Woah! Woah! Okay, ich hab mich erfolgreich abgesailt. Hehehe. Du, äh. Huah! 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 Gut, eine schöne Landschaft. Mit den Noten lassen. Güne Ganass euch! Ah, den verfolge ich. Jetzt lecks ausrechnen jetzt, wenn ich die verfolgen will. Okay, ich mach mal kurz ne Pause. Mit einem Leck. Ja. Wie immer. Und es geht weiter. Fangen wir mal da rüber. Huah! Komm. Bleiben wir erstmal in dem Container. Und schalten die Feinde aus der Distanz aus. Groene Auto! Pfff! Okay. Ist das Feinde? Nö. In dem Gehäuse welche. Okay, geh ich mal da rein. Was hat er? Was liegt da? Was liegt da? Was liegt da? Was liegt da? Ein Raketenwerfer! Yeah! Probieren wir den gleich mal aus. Schießen wir den Gebäude rechts. Gebäude? Boom! Boom! Hallo Boom! Ey, so in real würde der jetzt nicht hochgehen. Das Gebäude, mein ich. Wird kaputt gehen. Wir sind hier. Ein AK! Einmal ein Lieblingshof. Hehehe. Okay. Oh Gott. Ich kann gar nicht zielen wegen dem... Leck. Ups. Das sind unsere. Ups. Ich hab ihn getötet. Scheiße. Da krieg ich später Ärger. Da krieg ich später Ärger. Von Garz. Okay, wo geht's jetzt? Hier glaub ich hoch. Wir wollen in diesem Haus muss er sein. Die wir lassen müssen. Und unterbricht die Strom zuvor. Alle andere bereit machen. Ah, wir ins Gebäude. Hallo? Bist du blöd, das hier aufzumachen? Ach so, kann ich frei sein. Oder ist... Oder ist der woanders? Ach, da geht's rein. Okay, jetzt müssen wir leise sein. Okay. Darf ich schießen? Hey, warte. Schalten nicht alle aus. Das wird auch noch meinen Spaß haben. Okay. Gehen wir mal in den ersten Stock. Wer schießt da? Ach so, du bist. Okay. Oh, scheiße, scheiße. Ab kurz. Jetzt auch. Ja, das habe ich schon gemacht. Mal ausgeschaltet. Was geht jetzt? Wo geht's jetzt lang? Ich verfolge sie einfach. Ah, okay. Jetzt wahrscheinlich wieder in den Heli. Ah ja, da müssen wir rein. Okay. Okay. Allerdings nicht so dramatisch wie im letzten Level. Okay. Oder geht das Level noch weiter? Weil sonst wäre da jetzt die Mission abgeschlossen. Mh. Ne. Die Revision beginnt erst in ein paar Stunden. Wieso? Die Amerikaner machen einen Fehler. Sie werden Alasad niemals lebend kriegen. Okay, das hätten wir schon. Leck. Leck. Ich wette, wenn ich die Aufnahme pausiere, dann stürze ich das Programm ab. Deswegen lasse ich jetzt noch laufen und schaue, was passiert. Ok, jetzt sind wir hier... Wahrscheinlich über den... ...L android oder so. Ne. Hier sind wir nicht, ok. Die lekker wir quem... Where this Platform. Wie geht die mit dem Musik? Ah, keine Ahnung. Ich glaub das müssen wir noch aus dem Heli schießen oder so Ich muss ein bisschen... Ich weiß gar nicht wie viel speicher ich auf dem PC hier bei mir habe, deswegen... Muss ich jetzt langsam gleich Schluss machen Und schauen Aber jetzt nach dem Level... Aus in die Tiefe Yeah, okay Aufstehen hier ist nicht möglich, na das ist so ein Wege Hier verfolgt sie einfach Wir werden mich schon irgendwo hinführen, wo Feinde sind Ich multipliere auch immer, da freue ich immer die anderen Okay Ziel erfüllt Vielleicht suchen sie das Gebäude nach Hab ich gar nicht Ladung finden Lopus Achso da rein, ja hey Dann gehen wir mal da rein U солi Ich heiße Jackson Yeah Ich heiße Jackson Was haben die denn, wow Ach da ist noch einer Die ist noch irgendwo da hinten Oh scheiße Achso, jetzt liegen ihre Sides Briten, okay Und haben wir ja ne richtige Waffensammlung Ok, Hunov sagt mir jetzt nix WAK sagt mir was Renadier sagt mir jetzt wenig Oh, Sonaten Was ist das für eine? Ich nehm die mal Oh, Granate Ja, wenn deine Taliban gekillt Das ist wahrscheinlich das Zeichen Von dieser Organisation, die wir gerade Angreifen Mal schauen, was läuft YouTube alles Ah, ne Scheiße Weg damit, weg damit Mein Part ist immer noch hochgeladen Schauen wir mal Fernsehen MTV, kann man da rumschalten MTV Oh scheiße Scheiße Nein Weg Ok, das mit dem MTV Kann man vergessen MTV ist die Play TV also Nur hast feindliche Aufklärungstaten gefunden Ok Also ich mach da mal auf eine Pause und dann sehen wir uns gleich wieder bis dann Ach scheiß drauf, ach scheiß drauf, wir haben nur ein paar Minuten aufgenommen Weiter geht's Ah, wir sind wieder hier, ok Mussten wir wohl jetzt neu machen Yay, wir können wieder YouTube Ohne Zielvorrichtung erledigt Nein, nicht schon wieder Nein, nicht schon wieder Ich wollte reloaden und nicht schmeißen Nein Sauerei hier, ok Ich heiß nicht Jackson, ok Ich heiß nicht Jackson, ok Dann muss ich das nicht Achso, ein scheint doch Soap Jackson, komischer Name Na ja Geh bitte Hududududu Waaat Noch ein Weg Woah, fuck Ähm, wo kommt der jetzt her Was? Was sagt der? Ich kann kein Talibanesisch Woah, da ist einer, da ist einer weggegegt Schnell, schnell aufm Boden Nachladen Ok Hehehe, headshot Ok Ok, jetzt Granate Welche? 4 4 4 war das, oder? Ja So, ist da noch ein Talibanese? Talibanese, neues Wort Hallo Talibanese Wir müssen alle Personen überprüfen Und so Alasat identifizieren Hier ist er nicht, Sar Kein Zeichen von Alasat hier, Sir Hauptquartier, hier Redlock Zielgebäude gesichert, aber kein Alasat Over Wow, Bomber, oder? Nö Achtung, ich habe eben erfahren, dass Alasat einen halben Kilometer östlich von hier aus einer Fernsehstation sendet Ja, wieder zu Gangmarkierungen Ganz besonders die, ich kann es leider nicht lesen, hehe Oh, das hört uns an der Sack Ok Lass mich durch Horst Ok, ok, ok Wo ist der erste Stock? Von welchem wir wollen, hier gibt's viele, erstes, da oben Beep, beep Beep, beep Beep, beep Deckung Echt, ne, okay Woa, Konate, Konate, weg, 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 weg Ok Ok Ist das auch ein Feind? Egal, ich schieße es einfach mal Das ist kein real life daher Hö, hö, hö Hö Und je mehr meine Verbündeten tot sind, desto mehr kann ich selber ausschalten Hehehe Ah ok Nicht in real life anwenden, da ist was anderes Hallo Ach du schiechst auf mich Nix da, ich lauf da einfach von Granaten weg, was soll'n das Geht Nachladen, und Oh, kein Fall Woa Noch Drive-Buy gegen GTA, hehehe Oh scheiße, schnell Auf Shit Shit, shit, shit Weg, weg, weg Oho, oho Jetzt hab ich mich gerade selber getötet, nicht wahr? Fuck Fuck Oh Entschuldigen Sie, wo geht's hier ins Kino? Cool Jetzt nehmen wir uns Jetzt nehmen wir uns Das Fahrzeug wenn wir nutzen ist, hö hö Wah Granate So